Und damit Sind wir wieder da Begrüßt wir sie und euch ganz herzlich zur nächsten Folge Willkommen zu den Bonus-Teilen von Let's Play Together Donkey Kong Country Tropical Freeze, ja mach mal bitte Wir gehen rein Wir sammeln jetzt alle Bonus-Teile Wir sammeln jetzt alle Puzzleteile Und alle Kongs Und was uns noch so über den Weg läuft In den Bonus-Teilen und hoffen, dass wir Ein ganz gutes Ergebnis erzielen können Es ist eigentlich schon blamabel, dass wir Im allerersten Level nicht alle Bonus-Teile haben Alle Münzen Wir sind hier heute auf der Gamescom Auf der Gamescom, genau So, genau, erstmal Leben wiederholen Das hat Galvin ja eben ohne Ende gemacht Ich bin wieder Didi Mal wieder ein bisschen So Und wir haben uns natürlich Hilfe geleistet Und nach dem Sprung taucht ein ganz einfach nach links unter den Wasserfall Wart man nach welchem Sprung? Nach dem Wasserfall hier, mein Gott Achso, okay Das haben wir gerade fünfmal durchgespielt Ich weiß, wo unsere Puzzleteile sind Ja, warum Das haben wir nämlich schon Das haben wir nämlich schon Springt auf die flaschfressende Pflanze nach oben links in der gelben Pflanze In den roten War man auch schon War man auch schon Ich komme Ah, das waren noch Zeiten Letzte Woche Freitag Oh ja, das ist ja so toll Und wo ist das nächste Puzzleteil? Warte, Kong haben wir, ne? Kong haben wir, ja Alles gut Achso Moment Ich bin nicht Cranky Oh Ja, genau Mist So, da oben wäre das nächste Das haben wir aber glaube ich auch schon Meinst du? Ich meine das hat man eben schon Ja, das müsste das zweite sein Moment Hoppala Hupsala Ja, das hat man auch schon Gut Das nächste Äh Jetzt haben wir hier natürlich kein Regisseur Regie Wir brauchen die Regie Alles muss man hier immer 10.000 Mal rufen Die Regie ist gerade nicht da Ja Ich glaube hier wäre aber das nächste Puzzleteil Wenn wir alle Bananen sammeln Naja, also das hat man auf jeden Fall Zack Trommelt auf dem Boden unter der fleischfressenden Pflanze im geheimen Weg findet ihr das vierte Ich glaube das haben wir noch nicht Aber du hast ja hier alles, ne? Das ist nämlich hier drunter Ne, da drunter Ja, sag ich doch Ja, das war es nicht so schwer Jawoll Sehr schön Und dann war sie auch schon wo das letzte ist Wo war ich denn? Oh ne, wo du schon herum getorkelt bist? Uppsala Das machst du wieder Wo wir das Kong haben So Bananen Ich glaube ich brauche wieder Cranky Das ist ja furchtbar hier Bums, Bums, Bums Sehr schön Die gleiche Pflanze nutzt hier nach oben zu kommen Dort befindet sich ein weiteres Stück Hatten wir auch schon Ja, dann müssen wir jetzt alle haben Nein Achso, sechs Schießt euch mit dem Fass im richtigen Moment ab Hier geht gutes Timing Nein, das hatten wir auch schon Was ist das da? Hey, du hättest n Warte mal Ja, das funktioniert ja großartig Ja, warte doch Ich will mal so gucken Mann Ja, ja, die Technik, die Technik No Da rechts waren wir schon, ja, ne? Leben Sieht so geil aus Immer wieder Jarrie, mauch Um, um Er ist jetzt verwirrt Er ist tatsächlich verwirrt Jarrie, komm Komplett verwirrt Herr Kater will nicht Herr Kater mit doch jetzt nicht Er möchte nicht ins Bild Wir kriegen gleich ein Leben Wir kriegen gleich ein Leben Nopps Ich hab auf die Anzeige geguckt Sehr gut So, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Ne, 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 warte mal Ja, worauf? Ich glaub hier links geht's auch noch hoch, oder? Ne, okay, dann war das woanders Alles gut Danke Ich hab auch eins gebraucht Ja, jetzt hast du zwei gekriegt So, das da unten haben wir auch schon Da brauchen wir auch nicht mehr rein Machen alles kaputt hier Ja, richtig Halt Oh Zack, zack Zack, zack Sehr schön So, hier oben links ist das nämlich gleich Haben wir nämlich letztes Mal Das Ding hier nicht getroffen Die, die, die Scheibe Stimmt Letzte Mal Das muss man ja wenigstens mit dem Viech da machen Schaffst du das? Ich hab's bis jetzt eben jedes Mal geschafft Na, dann zeig mal deine Skills Sehr schön Upsala 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 Sei mal deine Skills Wenn du mich jetzt zurückholst, ne? So, warum ist nämlich das Fass Ich glaub, das hat man jetzt mal nicht geschafft Dieses Publis Ja, das kann sein Sehr schön Das müsste das neunte sein Ja, wir haben alles Warum können wir nicht hier jetzt schon raus? Weil das ist zu einfach, ne? Ne Drück mal A Ne, Moment Ach ne Jetzt Jawohl Jawohl Du musst mich leben So Und eine Banane Die muss es sein Bung Und Bung Und Bung Und Bung Ach ja Soll ich mal versuchen, immer das DK zu treffen Ja, ja, ja Soll ich mal hin? Weiß ich nicht Jetzt wollte ich gerade schon wieder Elf Münzen Das könnte gut werden für Sporks Ja Ich hab da mal vorgespult Bild freigeschaltet, Freunde Und wir müssen uns alle noch angucken Oh wei, oh wei, oh wei Ich glaub, die Bonusteile werden diesmal länger als Das glaub ich auch Aber, was will man machen, ne? Ihr wollt es ja sehen Und von daher, ähm So Jetzt brauchen wir hier aber auch noch gleich das Secret Exit, ne? Ach da rechts Weißt du denn, wo es ist? Vielleicht gleich Guckst du mal in deinem Gehirn nach? Aha Das ist ja interessant, ne? Das ist ja sehr interessant, was ich da wieder in deinem Gehirn gefunden habe Soll man das mal erst machen, ne? Die Puzzleteile holen Würde ich sagen Okay Dann holen wir uns jetzt mal das Sekret extra Guckst nicht, wie Puzzleteile überhaupt fehlen hier Viele Ich glaub in der ersten Welt haben wir kein einziges Level gehabt, oder? Wo wir alle Puzzleteile gehabt haben Das ist schlecht Das ist allerdings für die erste Welt Ich kann mich erinnern, bei Returns hab ich glaube ich ein oder zwei Level Und ja, Lyrius, ich bin gestorben ganz oft bei Returns Aber das waren die richtig härten, schwierigen Bonus Level Und äh Das ist, glaub ich, nicht zu vergleichen mit dir Ups Hup Danke Halt, 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 halt Ja, ja Haben wir auch schon Ach sorry, ich hab's gar keinen Puzzleteil Warte, wir können auch trotzdem noch Puzzleteil Hier soll man drunter tauchen War man doch Mach mal hier Dann ist ja gut Du hast über Ja, da waren wir Okay, das haben wir auch Sehr schön Okay, hier ist ein Bonus Level Hm Hier rechts Komm, halt immer brauchen wir nicht Oh, du sind Bananen Gucken wir, ob wir das geschafft haben Ich wollte doch die Bananen, dann hätten wir sie doppelt holen können Ich wollte denn die Bananen Oh Ja, ich glaube nicht Hallo Du rechts Genau Oh Gott Oh Gott Ich kann gerade nicht hin. Ich will die. Ach, dann eben nicht. Tschüss, tschüss. Ups, Alter. Du, Einschwein. Wo sind denn die drei Grille? Moment, hier war doch irgendwo, oder? Ne, da oben war man. Da oben war man. Und da oben war man auch dran. Warte, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo das Secret X hat. Drei Grillen. Drei Grillen. Warte, das haben wir auch. Ich habe nichts von mir. Hm, kann ich nicht zuatmen. Achso, Doktor. Kann das das hier gewesen sein? Ne, das ist jetzt das nächste schon. Aber da müsste das, müssen wir wahrscheinlich auch noch holen. Das haben wir nicht. Doch, das hat man auch. Okay. Okay. Nächstes in irgendeinem Tauchbereich. Halt, meins! Och, Kinga's. Unbekannte Nummer. Das sind die drei Grillen, oder? Nein, sind doch keine Grillen. Ne, was soll es denn sonst sein? Fliegen, Mücken, Naja. Grillen sind die grünen. Na gut. Gut, dass ich das Leben genommen habe. So, und die jetzt irgendwo links? Na, das haben wir aber auch schon. Das hier unten war nicht. Das haben wir schon. Das ist gar nichts. Da haben wir hier das Secret Exit genommen. Wird doch jetzt auch witzig. Hä? Oh. Da ist jetzt das Pull-to-Teil. Okay. Äh. Hm. Hm. Hallo? hier unten ist glaube ich eins das hat man aber auch schon und es ist entweder das bonuslevel oder das letzte tatsächlich so hier sind die drei grillen wo war das unten drunter durch und soja ich hab ihn doch schon oder hier brauche ich dich sie stimmt hat immer wenn man von hier ganz oben das kann ja nicht sein gleich müssen wir von ganz oben da warte nach kacke nein das bringt doch nicht von den grillen drauf springen und dann brauchen wir die kann das nur das wird nichts ganz vergessen nach ja so geht es nicht auch mal dixie für warte mal bring dich mal oder hier war das genau am fahrenden segelboot alle bananen einsammeln hier müssen wir jetzt alle bananen sammeln ich bleibe hier hinten weit so gut nein jawohl sehr schön müssen wir gleich noch mal mit dixie rein und dann warum ist das ende ok mit dixie rein schon mal raus da gehen wir da jetzt nochmal mit dixie rein machen das jetzt noch in diesem teil und dann war ist das auch schon mit dem ersten bonus teil schon genau schon ich scrolle da mal zur wrackwanderung wrackwanderung ach so ne wir müssen ja ganz raus hier beenden ja wir wollen beenden wir wollen jetzt 85 leben das ist mal ein luxus was kennen wir gar nicht von uns wie ist der kater denn der liegt mit dem bauch nach oben alle viere von sich ja ja das ist normal das macht der öfters A knopf A knopf 68% was hatten wir eben 65%, glaube ich na jetzt ist falsch ist egal ist nicht egal ist nicht egal Ne so wird das nicht da müssen wir hier leider noch mal ganz raus ooooh Kingass Ja, selbst schuld. Selbst schuld. Weil er unbedingt Donkey Kong sein soll. Weil er extra Donkey Kong sein will. Er kann nicht mal irgendwie tauschen oder so. Hallo Calvin, der kleine Calvin. So sieht der kleine Calvin aus. Add it in by Wii U. Kann man nicht. Schade. Aber jetzt seht ihr das nochmal. Das ist doch auch schon, oder? Ich könnte aber im Livestream einen Mario Kart machen. Dich adden? Ja, wo wir dann gegeneinander fahren werden. Ach, die liebe Zeit. Ja, das eine hat ja gefragt, ob wir das auch online machen. Da spricht nichts gegen. Von der Planung und vom Ablauf her geht alles hier links rüber zu meinem Organisator. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, ich dann tut, wenn es irgendwie nicht klappt oder so. Nicht, dass ich dann irgendwie schadenfroh wäre, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass es ohne Probleme funktioniert. Wir werden es sehen. So soll ich jetzt wieder direkt drücken? Nein. Außer du willst, dass die Leute noch mehr gucken müssen. Ah. Unglaublich. Soll ich jetzt Cranky nehmen? Nein, Dixi. Oh. Hehehehe. Hehehehe. Oh, Spaßverderber. Hier raucht wieder einer. Ach ja. Wieder dahin. Ja, selbst schuld. Ist doch alles nicht wahr. Was war denn eine Wii U so langsames? Hm. Immer auf eine neue Schuji mehr, unfassbar. Hier siehst du doch, wie lange das dauert. Ja, das ist normal. Meine Wii wäre da schon längst fertig gewesen. Die sieht aber nicht so gut aus. Dafür hast du das Spiel schon dreimal fertig, bevor du ja das erste Level erkundest. Aber beim ersten Mal noch gar nicht so schlecht. Wir haben sogar fast das Sekret extra gefunden. Wir haben es auch gefunden. Wir sind noch nicht hingekommen. Weil ich, glaube ich, auch am Anfang Didi hatte, ne? Ja. Ja. Dann bin ich erst auf die glorreiche Idee gekommen, mal einen anderen zu nehmen. Lalalalalala. Komm, Speedrun. Scheiße. Falsch. Was ist denn jetzt? Ist wieder unbekannt. Irgendwer will das. Jetzt ruft der wieder an. Wo bin ich? Tot. Speedy run, speedy run. Scheiße. Oh man, schöner Speedrun. Hä? Wieso bin ich denn jetzt schon wieder auf deinem Rücken? Das ist aber gar nicht so schlecht. Weil sonst komme ich da ja gleich gar nicht runter und die Kamera bleibt dann oben. Das ist sonst komisch. Na ja. Na ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hallo. Und dein Speedrun ist hier schon. Ja, wenn du mich hier nicht lässt. Ach so. Aber du musst mich nicht lassen, oder? Das ist unfassbar. Ich ging ja hier um meinen Speedrun, nicht um deinen. So. Komm, mach mal. Äh. Ja, komm doch. Du musst nur gedrückt halten. Wie immer. Äh. Dixi? Halte zwei. Ja. Das funktioniert jetzt nämlich nicht, weil ich nicht bei dir bin. Ach, ich komme. Mach her. Ja. Ja, dann warte. Dann lass uns doch jetzt vereinigen. Lass uns unsere Kraft vereinigen. Jetzt drück zwei. Bin dabei. Jetzt drück zwei. Jetzt drück zwei. Ich bin dabei. Jetzt drück zwei. Ich hole das klingt gleich in der Fresse, weißt du das? Jetzt drück zwei. Entschuldigung, dass ich nicht Bananen holen wollte. Komischerweise wolltest du das ja immer. Oh, oh. Hast du ein Schwein, dass da Blasen kommen? Da ist es doch. Da unten wäre bestimmt noch ein Geheimnis gewesen. Ja, auf jeden Fall. Wo wir alle haben. Wo wir alle haben. Und Leo. Ja. So, Freunde. Mit diesem tollen Ergebnis. Mal gucken, was für ein Level jetzt freigeschaltet wurde hier. Ja, 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 ja. 5, 3? Oder hatten wir das schon? 5, 3? Wir sind in der ersten Welt. 4, 1, 3. 4, 1, 3? 1, 3. 1, 3. Hör mir zu. Nicht nur, wenn ich mich verspreche. Mach's ja so selten. Eben, deswegen. Hopp, hopp, hurra. Äh, hopp, hopp, hurra. Na, das kann ja spannend werden. Allerdings, im nächsten Teil. Bis dahin und ciao. Adieu. Adieu.